Dem Sekretär Wang von Jan Ling Auf zwei Bildrollen blühende Zweige abbildend geschrieben. Wer Ähnlichkeit sucht im Gemälde, Versteht Kunst nur nach Kinderart. Gedichte schreiben nur nach Regeln, Betreibt, wer Dichtung nicht versteht. Dichtend, malend folgt man Regeln, Wahrt darin auch mühlos Frische. Bians Spatzen sind wie lebend, Geist versprühen auch Saus Blumen. Doch beider Rollen größtes Wunder Ist dieser Striche kühner Schwung. Womit vermag ein Tüpfchen Rot den ganzen Frühling zu verströmen? Die Aussage dieses Gedichtes ist eine schlicht ausgedrückte Variante dessen, was Goethe auch in Natur und Kunst zur Sprache bringt, die Spannung zwischen Regeln und Freiheit in der Kunst. Wer Ähnlichkeit sucht im Gemälde, Versteht Kunst nur nach Kinderart. Es ist nämlich eine äußerst naive Kunstauffassung, wenn man ein Gemälde danach beurteilen will, wie getreu es den Gegenstand abbildet. Es soll vielmehr ein lebendiger Ausdruck dessen sein, was diesen Gegenstand ausmacht. Und dazu kann das Gemälde durchaus auch, wie Cezanne und Van Gogh demonstrierten, den Gegenstand verfremden. Gedichte schreiben nur nach Regeln betreibt, wer Dichtung nicht versteht. Nun ist aber ausgerechnet die chinesische Dichtung derart von Regeln geprägt, dass man, indem man den Inhalt eines Gedichtes wiedergibt, noch viel weniger über das ganze Gedicht aussagt, als wenn man das mit einem Gedicht einer europäischen Sprache täte. Von viel größerer Bedeutung ist die Form, zunächst die sichtbare, herausgefordert durch die Schriftzeichen, die alle gewissermaßen in einen quadratischen Rahmen passen. Da jeder Vers genau fünf Schriftzeichen enthält, erhält man diesen Blocksatz, der ein chinesisches Gedicht ausmacht. Jedes Wort ist einsilbig, sodass jeder Vers auch genau fünf Silben enthält. Die Vokale sind im Chinesischen mit Tönen versehen, aufwärts, abwärts, gerade oder eine Art kleine Welle, die gewissermaßen zu einer Melodie zusammengesetzt sein sollen. Das alles unter einen Hut zu bringen und dann noch zu einer besonderen Aussage zu kommen, ist eine Herausforderung, von der wir uns wohl kaum den rechten Begriff machen. Vielleicht ist das so nett in seiner strengen Form noch vergleichbar. Meine Übertragung und die optische Gestaltung kann deshalb bestenfalls als eine Hommage an diese Tradition verstanden werden. Nach diesen Regeln schreibt also der chinesische Dichter auch Xu Xi, der dann vermeintlich das Gegenteil behauptet, aber nur vorläufig. Dichtend, malend folgt man Regeln, ward darin auch mühlos Frische. Ein Werk ist also nur dann gelungen, wenn die Regeln der Dichtung und die Ähnlichkeit in der Malerei eingehalten sind. Aber entscheidend, wie gesagt, ist etwas anderes. Bians Spatzen sind wie lebend, Geist versprühen auch Saus Blumen. Und das erreichen diese beiden Maler sicher nicht allein mit Ähnlichkeit. Und außerdem sind Geist und Leben immer noch nicht alles. Doch beider rollen größtes Wunder ist dieser striche kühner Schwung. Der Strich selbst hat ein Eigenleben, die Bewegung des Pinsels ist in ihm verewigt. Xu Xi weiß als Kalligraf, wovon er spricht. Womit vermag ein Tüpfchen Rot den ganzen Frühling zu verströmen? Das fragt man sich bei einem Van Gogh auch. Der cash ins Koron ist eine abgabe. Rückst du schon WITHIN. Weil den ganz Vielen Dank.